Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Gleich müssten Luna, Marlene und Ella von der Schule nach Hause kommen. Sie sind bestimmt nass geworden. Kein Wunder bei dem Wetter. Was ist das für ein Mistwetter? Zum Glück sind wir jetzt zu Hause. Hallo, wir sind wieder da, vom Regen geduscht und kalt und unsere Haare sind durcheinander. Hallo, ihr drei nassen Mäuse. Kommt mit, ich mache euch eine heiße Badewanne. Das brauchst du uns nicht zweimal sagen. Wir kommen! Komm, Luis, wir lassen für die drei das Wasser in die Badewanne rein. Können wir jetzt in die Badewanne? Ja, rein mit euch ins warme Wasser. Schön warm. Das stimmt. Echt angenehm. Danke, Mama. Kommt jetzt mal raus aus der Wanne, ihr drei. Unten gibt es heiße Suppe. Zieht euch warm und bequem an. Ja, das machen wir, Mami. Dann kommen wir gleich runter. Super, bis gleich. Die Suppe ist so lecker. Das stimmt und so schön warm. Da kann ich nur euch beiden zustimmen. Die Suppe ist so lecker. So schön warm, dass ichpas Papier wieder rein in die Badewanne rein will. A Hине in die Bibel nicht wieder wensen soll. Louis, Mama ist ja da. Ich stille dich jetzt. Wann kommt Papa nach Hause? Jeden Moment, Holle. Hallo Familie, ich bin wieder zu Hause. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie mein Kumpel. Das liegt daran, dass dieses Wetter da draußen mich nass gemacht hat. Ich gehe jetzt duschen, mir ist nämlich so kalt. Brrrr. Armer Papa, jetzt ist ihm zum Glück mit wieder warm. Jetzt ist mir wieder schön warm und meine Frisur sitzt wieder richtig. Ich bestelle für morgen besseres Wetter. Ich auch. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Regnet es bei euch auch? Bei mir schon. Ich bin auf dem Rückweg von der Schule nach Hause so nass geworden, dass ich mir dachte, ich drehe eine Regengeschichte für YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da.